Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Letzten bei Final Fantasy VIII im letzten Part. Sind wir wieder aufgewacht, wir sind wieder in der Fragezeichen richtigen Welt auf jeden Fall. Äh, sind wir gefangen genommen worden. Wir sind jetzt mit Shell und dem wunderbaren süßen Viecher auf der Suche nach den ganzen Waffen. Ich habe zufälligerweise gesehen, da liegt ja sogar die Waffe. Liegen ja sogar die Waffen. Ähm, ich wollte jetzt gerade die ganzen GF für, äh, äh, Shell koppeln. Das Problem ist, ich habe ganz vergessen, die Zauber sind ja nicht mehr wirksam. Das bedeutet, ich kann GF koppeln, wie ich will, aber ich habe keine Zauber. Also ich habe die Zauber, aber es bringt, ich kann sie nicht koppeln. Ich seh mal, das sind Seeds Waffen. Eine Gunblade? Äh, das sind auch andere. Eine Peitsche, Nunchaku. Du, ein Ausbruch! Die gehören uns. Die mache ich kaputt. Die mache ich kaputt. Putt, putt, putt! Halt! Was ist da los? Ich meine, Shell-Kräfte nur mit den Fäusten, also in dem Sinne alles in Ordnung. Ja, Schaden machen die auch keinen. So, jetzt kommt er da! Jawohl! Das ist der Vorteil, dass er ja grundsätzlich ohne Waffen kämpft. Mir geht es aber mit Wort immer nur nicht aus dem Kopf, ey. Irgendwie, das geht mir nicht aus dem Kopf. Was auch immer das alles ist. Phoenix, wieder ein Potion Session. Da, schau dir, hä? Oh Gott, ist das Viech süß. Gott, ist das Viech süß. Sorry für die Verspätung. Unsere Waffen, Shell. Yo, wie versprochen. Super! Oh Gott, ist das Viech süß. Oh mein Gott, ist das Viech süß. Ich will doch nur mit dem kämpfen. Mehr will ich doch gar nicht. Ach, die ganzen GF haben sich sowieso wieder entkoppelt. Okay, die haben sich automatisch wieder entkoppelt. Ja, gut. Äh, Truppe... Kann ich Christus zu... Ich, äh... Nee. Anführer ist anscheinend gerade Selfie. Ja. Gut. Ähm, dann fangen wir an bei Christus. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob das was bringt, das jetzt hier zu koppeln. Ich, 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 ich rüst ihr mal Quetzacottel. Und Ifrit. Dann hätte sie aber... Oder ich mach Shiva. HP, Stärke, Geist. Die bringt mir zum Beispiel gar nichts, wenn ich die jetzt reinkoppeln würde. So, das bedeutet, ich kann bei ihr jetzt alles koppeln. Dann... Draw, GF und Item. Dann... Äh... Du machst mal Siren... Und Ifrit. Ah. So. Wunderbar. Und Selfie kriegt die restlichen. So. Schön koppeln. Draw, GF. Item. Okay. Äh, was hat er jetzt? Feuer und da hat er Shell drinnen. Shell ist ganz schön gut für sowas. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Shell ist ziemlich heftig dafür. Ja, Engel wäre natürlich noch krasser. Das ist klar. Aber Engel hat er halt in HP gekoppelt. Das ist auch logisch so. Äh, Zustandsangriff Blenden. Ich glaube, ich will doch lieber Schlaf. Wobei Blenden ist nicht schlecht. Und, äh, da Medica und Schweigen. Und Antizet. Was ist das rechts unten? Was ist das? Was ist das? Das weiß ich halt jetzt nicht. Das müsste ich jetzt halt wissen, was das ist. Ich baller's einfach mal rein. Komm schon. Das passt schon so. Wunderbar, Rix. Hier sind also die Großmöller, hä? Ja, hier. Zeigen sie jetzt diesen Knallköpfen. Es ist okay, dass wir aus Spaß Gefangene foltern. Halt die Klappe. Hier sind sie, Mr. Biggs. Mr. Wedge. Oh, Biggs und Wedge? Oh, hi. Hi. Ah. Dass wir uns hier wiedersehen. Der Kampfendorle wird jetzt hier und wird jetzt hier entschieden. Nun, gegen Gefangene zu kämpfen, die unbewaffnet sind. Er scheint ziemlich feige. Aber das ist eben Pech. Äh, die scheinen Waffen zu haben. Was? Äh. Okay, los, Wedge. Das bedeutet aber, dass ich nichts drawen von euch. Dass ich nichts drawen kann, oder? Wenn Zauber hier komplett irgendwie... ...Nullnummern sind. Ich bin degradiert worden. Vom Major zum Unteroffizier. Das werdet ihr mir büßen. Oh, doch. Ich kann drawen. Oh, da hat jemand Hass. Gemach. Und was ist das andere? Kann ich nicht mehr wissen, was das ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh, ich hab viel zu tun. Ich hab viel zu tun. Der hat... Der hat lauter geilen Scheiß. Ich hab viel zu tun. Wir sehen uns gleich wieder, meine Freunde. Bis gleich. So. Da bin ich auch schon wieder. Äh. Ich hab jetzt einfach abgebrochen. Ich hatte wirklich keinen Bock mehr. Die zwei sind eh blind. Die treffen mich eh nicht mehr. Äh. Das ist super, dass ich blind auf... ...Din gekoppelt hab auf Shell. Das ist absolut super. Aber ich hab wirklich keinen Bock mehr. Oh mein Gott. Die... 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 Das ganze Drawn ist so oft fehlgeschlagen. Es hat wirklich ewig gedauert, bis ich jetzt mal was hatte. Also ich hab von Bix... ...hab ich jetzt alles. Also ich hab komplett... Äh... Hier. Hast hab ich komplett gemacht. Komplett. Und Regen hab ich komplett. Aber... Sonst. Hab ich einfach keinen Bock mehr gehabt. Das... Es ist so oft fehlgeschlagen. Und nee. Dann wollte ich einfach nicht mehr. Ich meine... Sie sind sowieso ungefährlich. Ich konnte mich jederzeit heilen. Bis ich dann mal auf die Idee gekommen bin. Ich hätte es ja auch... Könnte es auch einfach mal... Äh... Erblinden lassen. Und seitdem läuft alles sehr gemütlich. Seitdem läuft alles durchaus sehr gemütlich. Aber ich kann es euch mal zeigen. Wir drohen uns einfach mal Reflect. Hat geklappt. Okay. Gut. Eins übrigens nur bekommen. Wir drohen mal mit Selfie Reflect. Und... Oh, es hat wieder geklappt. Allerdings drei bekommen. Shell hat übrigens alles. Der ist immer noch der absolute Meister. Der droht jeden Scheiß. Okay, jetzt habe ich... Jetzt habe ich das Glück. Okay. Aber ihr seht es. Ich habe die Schnauze voll. Wedge dritt durch. Okay. Ähm. Er kann meinetwegen ruhig durchdrehen. Ich meine, er trifft mich ja eh nicht. Ich mag nicht mehr. Oh, er ist tot. Ich meine, er hat eh keine Chance gehabt. Warte mal. Kann ich, äh... Nee, kann ich nicht. Ich habe... Schaut, ob er irgendwie einen geilen Aufbau von 7 Zauber hat. Aber nö. Dann macht man halt so kaputt. Von ihm habe ich ja alles. Von ihm habe ich mit jedem Charakter sämtliche Zauber gedroppt. Sämtliche. Es wird nur noch Zeit, dass wir den mal schnell kaputt machen. Ich bin noch lange nicht fertig. Äh, doch. Wir sind so gut wie fertig eigentlich. Ich warte eigentlich nur noch darauf, dass du zusammenbrichst. Ach, bist du jetzt ein Gefreiter. Okay. Ich habe währenddessen mal meinen Eistee getrunken. 10 AP, das ist geil. Das ist geil. So. Wollen wir mal kurz was ultra koppeln? Wunder. Ah. 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 Bitte was? Okay. Alter, schaut das an, was Regina auf Körper machen würde. Was zum Fick? Regina ist so ein Zauber, den benutze ich selber nie. Wie übermächtig ist Regina zum Koppeln, bitte. Was zum Fick? Oh mein Gott, wie absolut übermächtig. Ich will mich nicht beschweren. Aber... Der Fleck ist alleine schon besser. Wow. Alter, das ist... Was ist Regina, bitte? Was zum Fick ist Regina für ein Überzauber? Das ist doch nicht mehr normal. Hat deswegen... War Regina deswegen so ein absolutes zickiges Biest? Regina hat ewig gedauert. Das war absolut zickig. Das wollte und wollte nicht gedraht werden. Das war unfassbar zickig. Das war unfassbar zickig, weil es einfach nicht her wollte. Immer wieder ist es fehlgeschlagen, oder... Okay. So, Aqua kann man da rein. Levitas, Blitzer, Engel könnte ich reinhauen. Engel kann ich ja jetzt eigentlich ohne Probleme reinboxen. Ja, dann boxen wir da jetzt Engel rein. Blende bin ich jetzt echt mit zufrieden, muss ich sagen. Also, ich muss sagen... Alter. Was zum Fick? Oh mein Gott, wie rastet das bitte aus? Reflektor. Oh mein Gott, Reflekt in der Elementkopplung. Äh, in der Zustandskopplung. Was zum Fick? Wie rastet das bitte aus? Schaut euch das mal an. Ich habe eine 45 gebl... Oh mein Gott. Was ist das hier gerade? Ist das noch normales Spielen, oder zählt das jetzt schon unter Cheaten? Oh mein Gott, ich liebe dieses System so sehr. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie sehr ich es liebe. Oh mein Gott, wie geil ist das? Ich baue mir hier meine absoluten Übercharaktere. Das ist der heiße Scheiß. Ohne Witz jetzt. Also, das ist... Das ist der heiße Scheiß. Das ist der richtig, richtig heiße Scheiß. Ah, Medikater rein hier. Hat sie eigentlich... Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ja, sie hat hier... Äh... Äh... Shell, da hat sie jetzt leider nur 7. Leider. Feuer kann dann... Eigentlich bleiben... Ich könnte Gemache rein tun. Levitas... Levitas... Ist in Ordnung. Oh, Reflekt könnte ich reinbauen. Okay. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Was ist denn das für ein Spiel? Kommt euch wohl stark vor. Glaubt nicht, dass ihr damit davor kommt. Ich habe über 3000 AP. Was willst du mir tun? Hier müsste einer sein, dass Spike heißt. Wisst ihr was? Ah, eher nicht. Wir suchen Spike. Danach nichts wie weg, okay? Was ist... Alarm! Achtung! Monster werden auf jeder Etage freigelassen. Wenn sie Flüchtlinge nicht ergeben, neutralisieren. Das Anti-Zauberschutzfeld wird außer Kraft gesetzt. Sind wir schon entdeckt worden? Dann schauen wir doch mal, was hier für Monster so rumturteln. Und ob wir hier vielleicht... Das wäre jetzt natürlich der Idealfall. Ob wir hier irgendwo... Ähm... Einen Save-Point entdecken. Weil dann könnte ich nämlich offscreen hier mal rumlaufen und... Einerseits leveln. Was ich eigentlich nicht tun will. Aber sehr viele Zauber-Drone. Ach ja, kann man in die Türen gar nicht rein. Ah, da kann ich rein. Sehr schön. Wer bist du? Äh, viel von dir gehört. Hä? Weil ich dich kenne? Tja, will ich auch Schüler am Bellend Garden. Äh, ich kann dir keine Infos geben, weil ich gerade für Galbadia arbeite. Ich darf dich normalerweise auch nicht ansprechen, aber... Ich wollte dich mal kennenlernen. Übrigens, brauchst du irgendwelche Items? Natürlich gegen Bezahlung. Oh. Äh, ich kann mit dir einkaufen. Alter, ich hab 23.000. Oh mein Gott. Ich hab 23.000. Ich hab ein bisschen viel Geld angespart, habe ich das Gefühl. So, machen wir da mal was. Dann haben wir da mal noch mal eine Phönixfeder. Das brauche ich alles nicht. Ich meine, ich mach mich eh immun dagegen. Warum soll ich's kaufen? Ich mach mich immun dagegen. Zelte kann ich ein paar gebrauchen. Da machen wir mal vier. Gut. Ist irgendwas Interessantes zum... Habe ich irgendwas Interessantes zum Verkaufen? Ach, ich behalte es einfach und tschüss. Und schon wieder Geld bekommen. Ui. Was bist denn du? Medica und Vita. Wollen wir uns mal heilen? Ich meine, wir konnten mal kurz eine kleine Heilrunde machen. Das würde uns nämlich gut tun. Weil wir ja so viele HP einstecken mussten. Beziehungsweise so viele neue auf einfach... Was ist das für ein Spiel? Es kann doch nicht euer Ernst sein. Durch so eine einfache, dummle Kopplung. Schau dich die Scheiße an. Durch so eine einfache, dumme Kopplung. Das ist doch nicht mehr normal. Oh, wie ich es liebe. Ich heile mich sehr wenig, aber... Nein. Wäre mir recht, wenn ich von ihm irgendwie... Vitra drawen könnte. Weil dann wird es schneller gehen. Aber... Es sollte jetzt auch reichen kommen. Wir müssen uns jetzt nicht voll heilen. Aber immerhin haben wir mal ein paar HP. Immerhin haben wir mal ein paar HP. Könnte ich ja auch off-screen machen, wenn ich... Äh... Nen... Speicherpunkt mal bekommen sollte. Was ich gerade irgendwie bezweifle. Ich habe irgendwie das Gefühl... Was ist denn das? Ach, ist es wieder eine Spielkarte? Oh, das will ich mir anschauen. Also, äh... Habe ich eine schöne Spielkarte bekommen? Äh... Da... Ui... Der ist gut. Boah, ist der gut. Super. Haben wir eine super Karte bekommen. Also, mit dem können wir auf jeden Fall ein paar Kämpfe bestreiten. Das ist geil. Mit dem können wir auf jeden Fall ein paar Kämpfe bestreiten. Dip, 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 dip. Dip, dip. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt hier nicht irgendwo mal... ...ein Save-Point oder so geben wird. Da kann man rein. Okay. Ah, ein Draw-Punkt. Tobsucht. Quiz ist sie mal. 14 Mal! Was zum Fick. Ich werde jetzt mal ganz kurz, äh... ...die Zufallskämpfe ausschalten, weil ich gerade einfach auf der Suche nach einem... ...da kann man nicht rein. Nach einem Speicherpunkt bin. Es wäre mir nämlich jetzt sehr recht, wenn ich da einen finden würde. Aber... Ich glaube, das soll mir nicht ganz recht nicht genehm sein, oder? Soll ich nicht bekommen. Na, der bleibt doch liegen. Na, ich, äh... Er soll... ...nicht mein sein. Ein Speicherpunkt! Yes! Oh mein Gott! Endlich! Endlich! Oh mein Gott, ich durfte so lange nicht mehr speichern. So, dann würde ich mal sagen, meine Freunde, ich werde jetzt einiges tun. Ich werde jetzt, äh, äh, offscreen mal schauen, ob ich hier ein paar Dinge herbekomme. Ein paar Zauber noch drawen kann. Ist zwar nicht so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte, aber immerhin. Äh, leveln will ich eigentlich noch nicht, weil ich müsste Squall mitleveln und ich habe ihn gerade nicht. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal einfach hier in Ortenstelle wieder. Also gut, meine Freunde, das war das Let's by Final Fantasy VIII für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!